Hallo, liebe sechs neue Fans. Ich bin Geil und Dua. Ich freue mich auf das nächste Spiel. Ich versuche mehr Zeit mit meiner kleinen Daumen und meinem Hund zu spenden. Das ist das, was ich viel missen. Ich denke, Pizza. Ich denke, es depends. Es depends auf die Munde des Tages. Manchmal kann ich ein paar Predikation von der Kirche hören. Manchmal kann ich ein paar Musik hören, wie Country Musik. Manchmal kann ich die Musik hören, oder die Musik von Russland und auch die Afrobeat. Es depends auf die Munde des Tages. Ich denke, ich könnte es für Lauf. Wir beginnen mit dem ersten Spiel gegen Sampaoli. Es ist jetzt der wichtigste Spiel für uns. Und dann sehen wir es für den nächsten nächsten Spiel. Bis zum nächsten Mal.